In Zeiten steigender Abfallmengen und Ressourcenverschwendung ist Plastiksparen ein heiß diskutiertes Thema. Unter dem Motto gemeinsam Plastiksparen mit Spar macht der Lebensmittelhändler Kunden auf die vielen Möglichkeiten zu Plastikverzicht und Verpackungseinsparung aufmerksam. Reduzieren, vermeiden und recyceln sind die Ziele, die Spar formuliert hat. Der erste Schritt beginnt schon zu Hause. Die eigene Tragetasche zum Einkauf mitzubringen ist für viele mittlerweile selbstverständlich. Bei Obst und Gemüse wird Verpackung im großen Stil eingespart. Über 40 Prozent des gesamten Angebots werden lose verkauft. Außerdem sind viele Früchte und Gemüsearten plastikfrei verpackt. Für den Heimtransport findet der Konsument drei verantwortungsvolle Plastikalternativen. Mehrwegnetze, kompostierbare Biosackerl und ein feuchtigkeitsresistentes Papiersackerl. Ich finde es toll, dass ich mit Spar Plastik sparen kann. Vor allem in der Obst- und Gemüseabteilung kann ich loses Obst und loses Gemüse kaufen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Plastik zu sparen mit den Biosackerl oder auch mit den Mehrweg-Sackerl, wo ich das Obst einfach reingeben kann, mit nach Hause nehmen kann und mehrfach verwenden kann. Die eigene Mitnahme-Box sollte man in Zukunft auch nicht vergessen. Bei Spar können Kunden in ganz Österreich für einen verpackungslosen Einkauf von Fleisch, Wurst und Käse nämlich selbst auf Bewahrungsboxen mitbringen. Er ist total super als Kunde. Also ich kann von mir zu Hause einen Behälter mitnehmen, dann für Wurst oder Käse verwenden. Ich gebe den einfach den Feinkostmitarbeitern von Spar, bekomme dann einen Zettel retour, den ich auf die Tapperdose draufpicken kann. Das Ganze läuft komplett ohne Plastik ab und ich kann das dann zu Hause einfach in den Kühlschrank stellen und genießen. Kunststoff ist in vielen Kosmetik-, Pflege- und Hygieneprodukten enthalten, in denen wir diesen auf den ersten Blick vielleicht gar nicht vermuten. Greift man zu den Spar-Eigenmarken, tut man nicht nur für seinen Körper, sondern auch für die Umwelt das Richtige. Als Vorreiter der Branche verzichtet Spar nämlich schon seit 2014 zu 100 Prozent auf feste Mikroplastik-Partikel. Bei den Getränken liegt Bewusstsein in puncto Umweltfreundlichkeit ebenfalls im Trend. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft zählen Mehrweglösungen zu den umweltfreundlichsten Verpackungsmöglichkeiten. Das österreichweit größte Mehrweggetränkeangebot bietet Spar. Auch im Bereich der Molkereiprodukte gibt es bei Spar Mehrweglösungen. Die neueste Innovation ist die Spar Natur Pur Biomilch in der Mehrwegglasflasche. Um aber wirklich nachhaltig etwas für die Umwelt zu bewirken, braucht es die Mithilfe jedes einzelnen. Wer also beim täglichen Einkauf noch ein bisschen mehr auf einen bewussten Umgang mit Plastik achten möchte, findet bei Spar ein laufend wachsendes Angebot plastikreduzierter und plastikfreier Produkte.